stupid question yeah that's what it is die was die muss ich einsau'n? Ja gut, krieg ich hin. Oh, springen! Ex-sau' die ein? Oh, guck mal, ach guck mal, wie schnell der funktioniert, ey, ist ja easy, was zum Schwächling? Ja, wow, oh, 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 ja wow, bitte schaden? Warte mal. Okay, komm 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 her, komm her, Freund. Okay, Stumpede! Stumpede! Sefi, don't die. Sefi, da ist er nicht. Komm her, komm zu mir. Hä? Oh, 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 holy, fuck. Stefi, der war nicht da drauf. Der war nicht da drauf. Hier, komm 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 her, 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 Stefi, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ah, wow. Am Ende, mein kleiner Freund. Oh, shit, shit, shit. Stumpede. Wobei, wir müssen ja. Hä, warum bleibt er nicht da stecken? Ähm, Steffi, du bist tot. Oh Gott. Du müsstest da draufballern, genau. Vollkommen richtig, so läuft das. So, jetzt mal hier rüber. Steffi, du musst wieder zu mir kommen. Oder jetzt draufballern. All right, now it's a go. So, hier nochmal aufgefüllt. Komm und sie rüber, komm und sie rüber, alles cool, alles cool, alles cool. Komm her, komm her. All right. Oh, der ist immer noch im Leben? Okay, der ist immer noch im Leben. Bin wieder zurück. Nein, ich bin tot. Ich bin tot, Steffi, überlebe, 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 überlebe. Woo, okay, alles cool. Der hat vergessen. Yes, awesome job. Awesome job. Don't kill me. I'm just a beetle. Beetles, just beetles, just. So, why are you on their side? I'm a mercenary. I buy for anyone who pays me the food and shelter. What food? Huh? Worms? Slugs? Larvi? No, I'm a vegetarian. I'm a vegetarian. I get paid nectar. Okay. Close. You know, the queen, she has all the nectar. Huh? So, if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. Ho, 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 ho. You can have it all. Ho, 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 ho. What? What are we waiting for? Come on, jump on! What are we waiting for, waiting for? The perfect storm, perfect storm. Oh, man, I must springen. Eh, don't you say? Achso, ich lenke. Juhu! Beetlejuice, Beetlejuice. Du schießt aber, ne? Okay, okay. Ja. Ja, auf Sachen. Da, die Bösen. Die Bösen, schieß auf die. Äh, unser Beetle ist gleich so ein bisschen, ne? Der kriegt Schaden, also. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Äh, okay, nehm, ich hab... Ich dachte, der wäre irgendwie noch was. Wie an Zeitlufe gestürzt ist. Yeah, ura. Adrian. So, warte mal, hier, hier. Oh, hier war's, okay. War das überhaupt hier? Okay, egal, ich spring einfach, einfach spring. Ja, Mann, ich spring doch schon. Mach nur die Fieser kaputt. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ja, Ticko. Chicken attack. Wow. Okay, attack, 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 attack on Titans. Hallo. Mach kaputt. Mach kaputt. Ach, ich spring einfach drüber. Ich spring einfach drüber. Alles cool, alles cool, alles cool, cool, cool. Und, oh. Woo. Holy guacamole. Die ist voll frech zu dem, ne? Oh, oh. Schieß. Oh. Wow. Mach kaputt, was ich kaputt mache, Steffi. Mach einfach kaputt. Oh. Das ist eine höchste Konzentration hier, ja? Ja. Highly concentration. Oh. Das war. Oh, no, 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 no. Steffi, mach kaputt, mach kaputt. Kaputt. Steffi. Die killen uns. Oh, oh. Hey, Weedle. Ah, we're running out of trees. I got this. Alles voll stride. Oh, God. Adrian. Hang on. Hang on. Komm jetzt die, komm jetzt die Wasp Queen. So langsam aber sicher. Was bist du denn so aufgeregt? Toll, Klinger. Nee, der Käfer kann doch wegfliegen, oder nicht? Was hat das aus, ob der noch fliegen kann? Das stimmt. Intruders. Was hatten die da? Was ist das so? Was ist das, was die da vorne hat? Im Bauch. Schrei? Ja, den hab ich gehört. Ich hab gehört. Aber ich war so heftig, high-concentrated. Ja, deswegen konnte ich darauf nicht... Okay. Ach, du meinst das Loch am Bauch, ja, klar. Ich glaube, da muss ich rein schießen, oder? Muss ich rein schießen? Ich muss das halt nicht rein schießen, oder? Hier, komm, mach mal platt, mach platt. Steffi. Und dann hier nochmal ein bisschen reinballern. Da, ich schieße da oben gegen. Ja, schön. Ach, easy peasy. Guck mal, wie leicht das geht. Muss ich irgendwas machen, glaube ich. Muss ich hier was machen? Muss ich hier was machen? Ich muss hinter dir rutschen. Oh, Gott. Ich, ich hab schon mal, ich hab schon mal vollgesaut, hab ich die schon mal von hinten, ne? Ja, und dann muss ich dann das nächste Mal rutschen, damit ich die dann und so... Ja, ist okay. Das ist, das ist okay. So, hier, der Schwarm ist auch wieder eingesaut. Dann nochmal gegen Ballern. Oh, das ist dahinten, achso. Ja, ich, ich saue die wieder von vorne ein, ja? Ähm, ja. Ähm, wir müssen, glaube ich, hier rüber. Ja, wir müssen, ja. Ja, wir hätten darüber gemusst, das stimmt, ist zurecht. Ja, ich bin, ich bin, ich bin. Wuh! Hast du von hinten wieder eingesaut? Äh, nee, noch nicht. Ich war, ich war so fasziniert, dass, dass meine Idee da richtig war. Ich, ich mach ihn wieder von hinten. Ah, Moment. Doggystyle! Wuhu! Ey, Moment, nee. Ah, nee, du musstest erst hier auf die, auf die Westen da drauf ballern. Hier haben sie beschützt. Guck mal hier, das ist ein Schild. Jetzt kann ich, glaube ich, erst. Warte. Geh mal wieder nach hinten. Oh ja, jetzt, jetzt kann ich hier voll auf den Arsch ballern. Oh, da oben hab ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so getroffen. Naja. So, hier, mach kaputt, mach kaputt. Steffi, Steffi! Oh, der Ruf! Sehr schön. Die kann stöhnen, kann die. So, ich geh wieder rüber. Da wieder ein bisschen auf den Arsch. Noch ein bisschen da oben hin. Okay, sweet, 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 sweet. So, jetzt kannst du wieder, wenn du magst. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Oh ja, guck mal. Easy. Na ja, easy ist Ansichtssache, ne? Was macht sie jetzt? Muss die pupsen? Okay, ne, Moment. Bombs away! Bombs away! Jump it! Jump, jump, jump! Okay. Ach, guck mal, wie einfach. Oh, 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 oh. Ja, aber die haben noch Schatten. Das siehst du doch. Guck mal, ach, guck mal. Bepi, einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Oh no, ich bin gestorben. Lass am Leben. Ja, 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 ja. Okay, ich bin wieder da, ich bin wieder da. I'm still here. Here again, I'm here. Muss ich irgendwas machen? Ne, ne? Ah, jetzt geht's wieder weiter, glaube ich. Also, ne Zwischenphase. So, kannst du mal kurz eben... Okay, ich gehe wieder rutschen. Okay, da hat's schon nichts mehr. Ich, äh, baller ihr wieder auf'm Arsch. Ist so voll mein Ding. Hype. Hat ihr Hype, Hype gesagt? Ich hab Hype, Hype ver... Ah, Hype, Hype verstanden. Was passiert jetzt? Ach, die Ausgänge. Ah, okay, wieder Bomben, 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 Bomben. Ne, stopp. Scissors. Scissors, scissors. Okay, tschüss. Au! Ich hab... Ich wurde von hinten. Oh Gott, Christoph. Steffi, komm, 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 komm. Steffi, 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 komm wieder, komm wieder. Okay, alles cool, alles cool. Ah, guck mal. Easy peasy lemon fucking squeezy. Steffi, stirb nicht. Ich weiß es nicht. Steffi, komm wieder. Warum, warum krieg ich kein Leben mehr wieder? Wie lange denn? Achso, okay, jetzt hab ich es wieder. Okay, sweet, sweet, sweet. Okay, drauf da, drauf da, Steffi, komm, komm, komm. Nicht einschlafen, nicht einschlafen. Don't, don't sleep. Don't do that. Krieg mal hin, kriegen mal hin. Alles cool. Puh, schüss. Ja, ja, ich mach doch, ich mach doch. Oh, ich schieße hier überall drauf, ja? Alles schön verteilen. Ist gut für die Haut. Oh, hinten, ach, hinten abzugreicht es mir. Okay, wir brauchen nicht mehr slideen, das ist schon mal ein Vorteil. So. Also jetzt nur noch ein bisschen vorne, ja? Oh, Quatsch. Äh, lass mich raten, du bist schon wieder tot? Nein, 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 nein. Nein, natürlich nicht. Kreative Pause. Ja, ja, ich seh das schon. Hier kannst du mal so ein bisschen... Okay, ich schieße hier wieder auf den Bauch. Jetzt gibt es die volle Ladung. Ach, komm. Easy, easy, Freunde. Best fucking try. Ach so. Ja, dann ist doof. Was müssen wir machen? Äh... Ich balle mal auf die Viecher. Steffi! Okay. Oh Gott. Okay, alles cool. Okay, alles cool. Immer noch, immer noch. Alles cool. Jump, jump, jump. Okay. Hey, hey, hey. No problem. Da, da. Schieß auf das Seil. Da, auf. Ja, du musst da drauf ballern, sonst wird das nichts. So, ich schmier's wieder ein. Steffi, schön drauf ballern da. Schön drauf halten. I'm out of juice. Kommt wieder was vor uns? Nee, no. Da kommt wieder was vor uns. Aufpassen, komm wieder was vor uns, Steffi. So, ich schieße wieder auf die Kette. Das ist ne Kette übrigens. Alles cool. We can do it. Steffi, we can fucking do it. Come on. Oh yes. Oh yes. Ich hab keinen Saft mehr. Ich muss was warten, Freunde. I have to wait. Achter, wie viel Besten haben die denn? Steffi? Okay, ich hab's aufs Seil. Aufs Seil. Komm, komm, komm. Äh, aufs Kette. Sehr schön. Ich mach wieder drauf. Ich mach wieder drauf. Oh yeah. Das wird juicy. Oh, yes. Yeah. Mhm. You're nothing. Oh, das ist ein Hummel. Oh, wie süß. Wie Pelze. Das war wahrscheinlich die Böse. Lass die töten. Was? Ich wusste. Sie fooled uns. Nein, nein, nein. Ich hab gesagt. Sie, robot. Es ist ein dummer Bumblebee. Bumblebee. Das ist nicht mehr moving. Look, es ist Nektar. Sie hat Nektar von uns. Oh, nicht mehr Nektar. Let's get in the hole. Uh oh. Ja, sorry. But maybe a little deserved. Oh no. Help, wir tun etwas. Das könnte lustig werden. Das könnte lustig werden. Dum 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 dum. Oh yeah. Das war... Cool Guys, don't look at Explosions. Epische Schuss von Steffi, yes. Und mein Einsauen war nicht episch, oder was? Oh, guck mal, die Stroh. Oh, was ist der Punkt, wenn du nicht speziell bist? Oh, aber du bist speziell. Du bist, du bist einer der nobelst pollinatoren in Natur. Ich, ich, ich bin? Ja, natürlich. Das pollinatoren die 90% der Bevölkerung, die 90% der Bevölkerung. Die aggressiven Eichhörnchen. Oh, so you're on the same team now? Wow, die Sache, wir hätten die einfach umbringen müssen, ne? Du drive! What? May, this is a problem. Okay, die vom Spiel, die vom Spiel wissen scheinbar, warum sie immer den Mann fahren oder fliegen lassen. I sleep. Sorry, was? Ja, ich hab das Spiel nicht entwickelt. Zum Abend die eine Kastanienhülle als Helm. Ja, ja. Air Coverage. Oh, jetzt kommt die auch nachher geflogen. Move, move, move. Wollen wir jetzt machen? Warte mal, okay, okay. Oh, okay, na, warte mal. Oh, jetzt invertierte. So. We can do it. We can do it. Easy peasy, lemon fucking squeezy. Kann ich mich auch drehen, ne? So komplett. Shoot! Shoot it! Wo müssen wir lang? Geh lang, da lang. Ich mach einfach mal durch. Oh, ich kann auch schneller machen. Haha. Haha. Die Gäste sind geschlossen. Puppets! Oh, oh. Jeha! Woo-hoo-hoo! Ja, schön Speed-Game, Freunde. Oh, oh. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie über Star Wars. Ein bisschen. Oh, oh. Da kommen die Flughörnchen, da kommen die Flughörnchen! Wie soll ich hier steuern? Keep it steady! Oh Gott, rückwärts! Okay, ich drück jetzt einfach auf die Tube, ne? Traa... Wir haben nicht mehr ganz zu viel Leben. Jeffy war schuld. Ja, Spaß, wir holen sie sich. vorne vorne aber kann ich nicht einfach ausweichen dann musst du nicht drehen und vorne vorst du hast auch noch feuer 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 oh gott oh gott okay weiter schneller 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 der unterhose muss ganz schön viel aushalten könnte meine sein okay wir machen weiter ein bisschen speed vorne 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 gates the gates we have to oh gott oh font aber es funktioniert und es funktioniert sonst weg 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 da der weg wo 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 ok we can do it stephy we can fucking do it ich sehe licht ich hoffe es ist gut dann mach ihn mit karate platt was ich muss ich noch was machen musst du machen muss nur so ein bisschen und ich muss doch steuern ich muss steuern die ticke ne got this mama mal platz hier was los muss doch ausweichen steffi wenn er unten tritt springst du ansonsten nein man merkt ganz schön dass du kein hacken gespielt hast aber ich kann springen wow come on dafür lass dich nicht platt machen von dem der hat nicht mehr eine müsse ganz verdammt was für bluetooth connected hatte ich glaube ich werde gerade gehackt oh nice good job good job fatality ko ich glaube wir schützen da ein bisschen ab ach guck mach erst mal schöne kassation ob wir müssen auch okay okay wir müssen auch zusammen müssen wir das machen ach guck mal das kriegen wir easy peasy steffi ach easy fucking peasy und rüber rüber steffi komm her rüber rüber das ist alles nur luftgewicht bei mir rüber links wieder ein bisschen mittig 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 alles cool 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 rüber rüber kam die kameras mit dem hof noch hatte so ein bisschen 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 korrigieren jetzt wieder links oh bitte 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 zurück 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 steffi 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 keine reflexe frau keine reflexe ich steffi drück 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 mitte 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 links 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 bis ein bisschen 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 mitte 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 haben wir kurz hier kommt zu mir kommt zu mir nicht mehr stelle mir was machst du gut der verliebt sich auch nur so er hat er macht ja der macht ja nicht wenn er aber der mitte bleibt ich mal nur rechts und links vielleicht das jahr aber warte ja bleiben so ein bisschen mit ich habe so ein bisschen mit ich ne ich mach ich mach da ich mach da du mit ich bleib du mit ich hab du mit ich mit ich okay perfekt oder nicht ob ich kann wir können nicht so schnell lenken wenn die wenn du es nicht mitmacht auf wind auf wind okay links 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 ganz bisschen so wir zurück zum mittelmitte bitte zurück 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 jetzt wieder rechts 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 geht zurück zurück mit der aus okay okay bitte 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 alles cool holy shit was drei freunde fast ein bisschen anspannung ja ganz bisschen Oh, hast du wieder diese Schmerzen? Okay, ich werde dich nicht beurteilen. Ich werde dich nicht beurteilen. Aber wenn du dich besser fühlst, vielleicht können wir mit Moons spielen. Und all die anderen Space-Tools, die du von mir gekauft hast. Wir haben sie nicht mit ihnen in einem langen Zeit gespielt. Woher kenne ich denn die Stimme? Ich glaube, die ist von einem von Outlander. Oh, ähm, ich habe mit dem Vater gesprochen. Und du willst, dass du wieder Freunde werden möchtest? Ich wollte dich nur wissen. Oh, wie klein. Oh, wow. Ja, ist das so. Was willst du da für eine Response erwarten? Außer lass mich schlafen. Die Eltern haben halt keine Zeit. Die ist traurig. Ich war jetzt einfach müde. Ja, und der Papa hat keine Zeit gehabt. So, komm, heul. Aber heul leise schon. Lass mich raten, das ist der nächste Boss. Okay. Okay. And there we come. Okay. Okay. Ich liebe sie. Sie denkt, sie ist okay? Sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus. Ich meine, sie spielt wie nichts passiert. Oh, mein Gott. Wir gehen mit ihr. Ja, aber wir müssen uns beachten. Wir wollen sie nicht schrecklich. Wir wollen sie schrecklich. Hast du gesagt, dass ich mit ihr schrecklich bin? Nein. Ich meine, sie wird schrecklich, wenn sie uns sehen. Ich meine, wir sehen uns. Wir haben ein paar Pfeil. Remember? Natürlich, ich erinnere. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du bist bereit? Du bist bereit? Warum nicht? Sie ist unsere Tochter. Du bist bereit? Du kannst sie mit ihr reden? Natürlich können wir. Rose ist nicht der Problem. Sie ist. Sie ist. Sie ist. Siehst du? Ich glaube, ich glaube, du bist bereit. Wait. Sie versuchen uns zu stoppen? Ich glaube, er ist. Und wir werden ihn lassen? Nein. All right. Let's proceed. Warte. Was wenn wir nicht Rose kreieren? Wir müssen. Oder wir werden so immer wieder stuck. Aber ich weiß, dass wir die Räume nicht machen. Ich weiß. Schau. Wir werden etwas ausprobieren. Okay? Wir brauchen wirklich diese Teile. Und je größer, je besser. Was ist denn das für ein Perversling? Einfach schon aufnehmen und nehmen und mal stöhnen? Gott des Willens, ey. Geil. Guck mal ein Traumfänger. Ja, es ist ein Pillow-Burg. So schön. Aber hier, die äh... Die äh... Kissen-Burg hier ist auch cool. Oh, da hinten auch wieder ein Game. Wait. Komm hin. Oh Gott. Können wir das machen? Ah. Wirf Granaten auf May. Waffe aufladen. Ja, mehr nicht. Müssen wir das wieder schnell machen? Wahrscheinlich wieder schnell machen, oder? Oder? Oh, Herrgotswillen. Was ist denn das für ein 90er-Spiel? Ach... Ah, wir können es aber auch bewegen. Du kannst doch mit WASD auch bewegen. Ja, ach. Wo bist denn du? Da. also ich möchte jetzt echt mal nicht sagen aber ich glaube schon 31 ja klar das wird wohl sein was ist das hier oh das ist sweet aber ich glaube wir müssen in eine richtung drehen und dann ab in die vergangenheit wir machen ja aber die beruhigen sie sich hier auch musik der musik kann er doch ach das bewegt sich und da gibt es noch mal so ein paar funksprüche als siegen mir hier eine lavalampe wo bist du wo bist du muss da von der trüben dahinten übrigens nicht kommen da hin bin da hallo sie wieder zum minigame nö die reden einfach nur oh mein gott was wollte er sagen mit oh mein gott das ist angelehnt einen a way out das ist auch ein partner geben dann hast du die beiden aus dem gefängnis ausbrechen und snooki auch dir einen wunderschönen guten tag und nein das spiel kann man nur zu zweit spielen ja das kann man wirklich ausschließlich zu zweit spielen es sei denn du hast einen zweiten rechner ja wobei selbst dann dürfte es wahrscheinlich unmöglich sein einen zweiten rechner hättest und dann irgendwie super schnell switchen würde es wäre auch ein bisschen doof oh ne lavalampe ja das ist schon die zweite der kleine mädchen hat schon mal richtig reiche eltern richtig 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 oh ne wieder ein minisch oh gott oh nice was müssen wir hier machen ach wir müssen die bot zusammen setzen ach so override ja überschreiben jetzt müssen wir wahrscheinlich den weg zusammenführen ja ach hiesi ich bin ein profi hacker so warte mal du musst jetzt ja ne hacken ist voll leicht ähm ähm smile counter hack wir müssen drücken wir müssen drücken drückst du mal E ich drücke E du drückst nicht ich drücke ich drücke alles cool ich drücke ich drücke wohl nein ich drücke du drückst nicht guck doch mal ich drücke ko k k k k